Hallo, Sie sollten Dosen in den Panser schmarten und nicht auf den Boden werfen. Warum? Ich bin fertig mit dem Trinken und da ist nicht eine Panthause nachher. Ja, aber dann kannst du sie mit Narkause nehmen und die Dosen und Flaschen sammeln, die du trinkst. Wenn du die gesammelt hast, kannst du sie verwenden und Geld verdienen. Ich wusste nicht, dass man tun kann. Das muss ich mir merken. Ich habe nicht viel Geld. Ich brauche alle die Geld für Bier und Hotdocks. Nein, du musst aber holen und mit Narkause nehmen oder zum Penthouse gehen, um es zu verpendeln. Okay, ich verstehe. Ich gehe jetzt Narkause, also kann ich genauso gut mitnehmen. Danke, es ist wirklich gut für das Klima. Wenn man Hitz hält. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Snaps? Nein. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich kann sehen, dass du herunter kommst, um zu schwachen. Ja, jetzt wo ich anfange zu verwenden, habe ich Geld für ein bisschen mehr Bier. Es ist vielleicht nicht so gut für deine Gesundheit. Nein, aber wenn ich irgendwann sterbe werde ich im Grab zu kompost. Auf Wiedersehen. 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 Zwei Bier von mir. Untertitelung des ZDF, 2020